Wechsel Magazine! Das ist eigentlich da fest, dass ich noch weiterlaufe. Scheiße. Gut. Ich geh mal hin. Dann kommen sie zu zweit vom Trophy-Room-Fenster. Von wo kommen sie? Trophy-Room-Fenster. Von Trophy-Room-Fenster 2. Capitao und... Innen rein. In Trophy-Room rein. Von da links? Sind sie schon drin? Ich glaub schon, ja. Am Fenster direkt oder? Capitao hängt am Fenster und einer ist drin, glaub ich. Hier kommt einer. Capitao hängt am Fenster. Ach Gott. Da bleiben der Gegner. Sehr gut. Da waren die Waden. Wo war's? Ich versteh gar nichts. Wo ist sie? Die war links über dir ist aber schon bei der Weigler offen. Ich weiß nicht, von wo sie kommt. Ich glaub, die kommt von vorne. Die Doppeltür. Die hab ich im Blick. Doppeltür. Schau mal auf die Camp. Schneemobil. Schneemobil und ist jetzt gerade in den Connector rein. Hab ich's jetzt gesehen. Also die wird unten von der Treppe kommen. Wenn sie zurück kommt, ich bleibe auf der Camp. Beim Schneemobil. Gott, Alter! Ja...